Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben. Lachende Gesichter, soweit das Auge reicht. Beim Badminton legte so mancher spontan eine flotte Sohle aufs Parkett. Drei Tage lang galt. Party-Stimmung. Da kommt man auch irgendwie so in dieses Feeling, wie es wirklich bei einer Olympia vielleicht laufen kann. Bälle durch die Luft schießen? Nein, danke. Die Turner flogen lieber selbst. Alleine fliegen, gemeinsam siegen. Das Wichtigste ist, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Dass es nicht nur immer heißt, na toll, jetzt hast du es uns allen versaut. Weil wenn, dann machen wir es halt als Gruppe und das finde ich toll. Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Das ist, wenn man auch dem Kontrahenten die Daumen drückt und sich aufeinander verlassen kann, ohne sich zu sehen. Also ich vertraue meinem Team blind, sozusagen. Ein Feuerwerk aus dem Profil, ein Feuerwerk zu durch die Luft, ein Feuerwerk zu durch die Luft, ein Feuerwerk zu durch, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Ich führe dich so zu, weil duissyst, die Luft und die Luft würde. Danke imperative. So, ich hab Lord das noch zu? Und sicher Hast du mit den Augen schalen? Das ist auch ein Feuerwerk zu durchdeln, wenn wir in。 Ihr habt mich Audience. Untertitelung des ZDF, 2020